Hallo und herzlich willkommen bei den Race and Fun TV Tutorials. Wir zeigen euch heute, was es mit der Kfz-Steuer auf sich hat. Naja, also speziell bezüglich den Kosten. Ihr wisst ja, es geht im Endeffekt darum, die Kfz-Steuer wird dazu benutzt, die Straßen zu sanieren. So ist gemein. Sie können die Kfz-Steuer berechnen auf versichern-auto.de. Das ist eine Seite, die ich für Sie angerichtet habe. Und zwar fangen wir an bei den Benzinern. Ein Benziner ohne Cut kostet pro 1000 Kubikzentimeter 253 Euro. Ich habe das jetzt mal umgelegt auf eine gängige Motorvariante, den 2-Liter-Motor. Und ein 2-Liter-Motor, also mit 2000 Kubikzentimeter, kostet 506 Euro Steuer pro Jahr. Das ist ganz schön viel. Das betrifft aber nur alte Fahrzeuge ohne Cut. Jetzt kommen wir zu Euro 1. Wenn in Ihrem Fahrzeugschein E2 drinsteht, bei der Schadstoffnorm, dann bedeutet das, dass das Fahrzeug Euro 1 hat, nicht Euro 2. Darauf müssen Sie immer achten, wenn Sie ein Fahrzeug kaufen, gerade älteren Baujahrs, so bis 1995. Also hier zahlen Sie pro 1000 Kubikzentimeter, also 1 Liter Hubraum, 151 Euro jährlich und für einen gängigen 2-Liter-Motor 302 Euro jährlich. Jetzt kommen wir zu Euro 2. Ab hier wird es günstig und auch gängig. Euro 2 Fahrzeuge gibt es etwa 1995, plus minus ein paar Jahre. Ein Euro 2 Fahrzeug kostet pro 1 Liter Hubraum 73 Euro, pro 2 Liter Hubraum 146 Euro. Dabei ist es völlig egal, ob das Fahrzeug Turbo aufgeladen ist oder nicht. Man zahlt nur für den Hubraum. Daher ist es sehr sinnig, sich ein Turbo aufgeladenes Fahrzeug zu besorgen, das mehr Leistung hat, man im Endeffekt aber weniger bezahlt. Kommen wir nun zu ab Euro 3 und das ist wichtig, nämlich die Steuer verändert sich nicht, ob Ihr Fahrzeug Euro 3 hat, Euro 4, Euro 5 oder Euro 6. Nein, das waren nur Steuervergünstigungen, die es einige Jahre gab. Inzwischen ist ab Euro 3 die Steuer bei jedem Fahrzeug gleich. Sie zahlen pro 1 Liter Hubraum 67 Euro, Steuer ab Euro 3 und für 2 Liter Hubraum Fahrzeuge mit 2000 CCM Kubikzentimeter zahlen Sie 135 Euro jährlich. 135 Euro jährlich, das ist überschaubar. Wie gesagt, für Euro 3, Euro 4, Euro 5 und Euro 6 Fahrzeuge gilt das. Neuerdings für neue Fahrzeuge wurde auch eine andere Steuernorm eingeführt, aber auf die komme ich in einem anderen Beitrag zu sprechen. Kommen wir nun zu den Diesel Fahrzeugen. Diesel pro 1000 Kubikzentimeter habe ich hier den Preis angegeben. In etwa kann man damit rechnen, ein Diesel kostet in etwa das Doppelte eines Benziners minus 10 Prozent. Das ist so in etwa eine Faustformel, die man bei der Steuer ansetzen kann. Im Grunde ist ein Diesel auf jeden Fall doppelt so teuer, ja, in etwa, wie ein Benziner. Für einen Euro 1 Diesel zahlen Sie 273 Euro pro 1 Liter Hubraum. Das sind fast 600 Euro für einen 2 Liter Diesel mit Euro 1. Schauen Sie, was Sie hier für Euro 1 zahlen würden. Etwa 302 Euro für einen Benziner. Das heißt, der Diesel wird fast doppelt so teuer sein. Ein Euro 2 Diesel, wie es Mitte der 90er dann eingeführt wurde. Diese kosten 172 Euro jährlich pro angefangene 1000 Kubik. Das heißt, wieder auf zwei Liter umgeschlagen liegen wir hier irgendwo bei rund 340, 344 Euro. So, Kopf überschlagen. Und jetzt schauen wir 344 Euro für 2 Liter Hubraum. Bei den Benzinern nach, da sehen wir, dass wir für einen 2 Liter Benziner mit Euro 2 nur 146 Euro zahlen würden. Und wieder ab Euro 3, wie auch bei den Benzinern, ab Euro 3 zahlen wir beim Diesel pro angefangenen 1 Liter, 154 Euro. Und in demzufolge 308 Euro für einen 2 Liter Diesel. Dabei ist es auch wieder egal, ob mit Turboaufladung oder nicht. Aber die neueren Fahrzeuge verfügen ja alle über Turboaufladung. Daher auch die Bezeichnung TDI für Turbo Diesel Injection. Turbo Diesel mit Einspritzung. So, wir haben hier 308 Euro für 2 Liter ab Euro 3. Und jetzt schauen wir, was das bei einem Benziner kosten würde. Nur 135 Euro. Das heißt, bei Euro 3 würde uns der Diesel sogar mehr als zweimal so viel kosten. So, das war es im Endeffekt zu den Kosten der Kfz-Steuer, was ich euch so erzählen konnte. Wie gesagt, auf der Seite www.versichernauto.de, da gibt es rechts oben den Button Kfz-Steuer versichern, ähnlich aufgebaut wie Facebook. Und rechts oben klicken Sie auf Kfz-Steuer berechnen. Und dort können Sie dann die Kfz-Steuer für Ihr jeweiliges Fahrzeug berechnen. Und ich finde, meiner Meinung nach ist es einfach wichtig zu wissen, wenn man sich ein neues Auto kauft, wie viel das Fahrzeug in der Steuer kostet. Denn ein Diesel rechnet sich demnach erst ab einer höheren Laufleistung, einer höheren Kilometerlaufleistung im Jahr. Und was ich noch ganz vergessen habe, Oldtimer, die kosten jährlich, ich will nichts Falsches sagen, 196 Euro, glaube ich. Auf jeden Fall um die 190 Euro. Jährlich. Okay? Daher können Sie, wenn Sie ein altes Fahrzeug besitzen, das ohne Cut ausgerüstet ist, und das zum Beispiel 506 Euro kosten würde, können Sie das Fahrzeug auch auf Oldtimer anmelden, wenn es einen guten Zustand hat und alt genug ist. Und da müssen Sie berücksichtigen, dass beim Oldtimer die Steuer pauschal ist. Das heißt, Sie können sich selbst eine Dodge Viper, nein, die gab es damals noch gar nicht, eine Corvette mit 8 Litern Hubraum kaufen. Die würde Sie ansonsten hier über 3000 Euro, Moment, über 2000 Euro kosten, ohne Cut, pro Jahr. Wenn Sie das alte Fahrzeug jetzt als Oldtimer anmelden, wenn es den entsprechenden Zustand hat, zahlen Sie anstatt 2000 Euro nur noch 190 Euro und sparen damit 1800 Euro. Daher ist es gerade für Oldtimer-Fahrer sinnvoll, das Fahrzeug auf H-Kennzeichen umzurüsten, dass Sie auch die Vorteile haben, die man als Oldtimer-Fahrer hat mit H-Kennzeichen, nämlich die Steuerbegünstigung. Und jeder, der dann schon immer einen dicken alten Ami-Schlitten fahren wollte, der kann sich jetzt einen dicken alten Ami-Schlitten kaufen, ihn als Oldtimer zulassen und damit ihn ein paar Tage im Jahr bewegen. Und dazu ist das Ganze auch eigentlich gedacht bei den Oldtimern, nämlich die fährt man nicht so oft und daher muss man auch nicht so viel zahlen. Und das ist auch richtig so. Denn Sie fahren auch ein 8 Liter V8 nicht so oft. der frisst ihn eh die Haare vom Kopf weg. Naja. Dann vielen Dank fürs Zuschauen. Wir haben noch folgende zwei Videos für euch. Bei Anregungen und Kritik, Fragen, Themen für die nächste Sendung, bitte unten die Kommentarfunktion benutzen. Vielen Dank fürs Zuschauen und schaut es nächste Mal wieder rein bei Race & Fun TV Tutorials. Dankeschön fürs Zuschauen. Tschüss. Vielen Dank. Vielen Dank.